Boah, jetzt geht's rund. Ach, Eher, scheiße. Da ist er. T-Grex. Ja, war ja klar, dass er wieder kommt. Alter, was für die Kampfmaschine. Okay. Alter. Das sieht man den kleinen Racker nicht an, ne? Alter. Ein Schlag, er ist tot. Da hat er ihnen gerade, glaube ich, das Genick gebrochen oder so. Der T-Grex scheint nur aus Muskeln und Zähnen zu bestehen. Muskeln und Zähnen, okay. Wow, wow, wow. Okay, der wird doch ein bisschen schwierig. Aber der ist so dürr. So, ich weiß nicht. So. Der ist so dünn. Echt. Ja, okay. Warte mal. Oh, mein, äh, Mantel ist, äh, Schrott. Mein Mantel ist echt Schrott. Mist. Ich weiß nicht, wie ich weiter... Der ist so stark, den schaffe ich nicht. Dass ich jetzt schon komme, den schaffe ich nicht. Dafür brauche ich nur die Ausrüstung. Meine Ausrüstung ist zu mickrig dafür. Definitiv. Nee. Nee, hier. Da auch noch mal. Der rett mich nur um und ich bin fast tot. Komm, wir müssen zur Seifenblase. Auch die Steine, die er... Okay. Nee, da ran. Ah, jetzt... Jetzt macht der Feinsteller endlich mal was. Aber leider zu spät. Jetzt bin ich schon hinten an seinem Front. Ich hoffe, ich kann zweimal zustechen. Oh. Sehr guter Damage. Ah, verdammt. Er ist in Rage. Ich weiß nicht, was er macht. Scheiße. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Er haut ab, oder was will er da machen? Nee. So ein bisschen durcheinander hier. Scheiße. Nee. Ah, weg hier. Äh, hallo? Kannst du mal wieder herkommen? Ei, 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 ei. Okay, doch nicht. Nee, geh mal wieder zurück. Alles gut, alles gut. Ha, rett mich um. Alter, Feiter. Ja, moin. Oh, das... Alter, jetzt hoch. Alter. Das ist... Das ist eine geile Fähigkeit. Nee. Ich muss... Ich muss sie schon wieder ein. Okay, okay. Er ist nicht zu einfach. Das auf jeden Fall nicht. Er hat doch schon einiges drauf. Das muss ich ja schon sagen. Und, wie gesagt, ich habe mir noch keine neue Ausrüstung gecraftet. Ich laufe immer noch mit dem gleichen Scheiß rum. Ach, fuck. Ja. 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 Ich könnte es ja einfacher machen und mir schon eine neue Rüstung farmen. Aber... Bisher geht die ja noch. Äh, hallo? Was ist mit dir? Er haut schon wieder ab. Warum? Warum haut er schon wieder ab? Los, weiter, 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 weiter. Schnell, 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 schnell. Ah, komm. Nein, ich habe es vermasselt. Okay, jetzt aber. Los, komm. Den nächsten noch und dann habe ich ihn. Wo will er denn hin, Alter? Wo will er hin? Ach, deswegen kommt er mir so bekannt vor. Stimmt. Kann das... War der nicht auf dem Titelbild sogar? Von Monster Hunter? Auf der PSP? Vom Game? Ich glaube, der war sogar auf dem Titelbild. Das meine ich doch. Kenne ich doch. Oh, ich kann gleich nochmal zustechen. Oh, Schwanz ab. Ach, komm. Geh mir aus dem Weg, scheiß Flugdrache. Ey, tuppe, tuppe, leid. Na, komm. Steh mir aufgereiht. Ah. 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 Puh. Hoch mit dir, hoch mit dir. Hey, ich hab Schaden abbekommen, obwohl ich das Ding an hab? Okay. Na, Ulu Garon ist da. So, jetzt mal gucken, wie das aussieht. Oh, 1920 hat er abbekommen. Sieht bis jetzt gar nicht so verkehrt aus. Ja, bisher sieht's gut aus, ja. Alter, nochmal. So, da ihr hier da noch ein bisschen weiterkämpft, ne? Nein, nein, nein. Er hat mich bekommen. Nochmal. Also, womit die mich immer kriegen, ist das straighte Umlauf. Einfach dieses Umrennen von den Dinos. Ach, Scheiße. Also, damit kriegen die mich am meisten. Immer dieses Umrennen. Immer wieder, immer wieder, immer und immer wieder. Immer rennen sie mich um. Und gefühlt kommt der meiste Schaden da auch her. Kaffee, ich vergesse. Ach, jetzt kämpfen die schon wieder. Jetzt trägt er sich nochmal um. Bis die sich auch nicht im Pool lassen können, ne? Ich sag ja, immer das Umrennen. Immer umrennen. So, kriegen wir aber gleich. Los, komm mal her, mein Racker. Komm mal her. Uuuh, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Oh, jetzt ist er auch sauer, ey. Oh, nein, habt ihr das Jammern gehört von ihnen? Die AG jammert. Ich hab keins zum Spielen. Ich kann mich mit niemandem prügeln. Der arme Kleine. Opsi. Da bin ich wohl reingelaufen. Okay, ich soll, ich sollte mal wieder eine Schwachstelle verpassen. Oh, 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 oh. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Da wäre ich... Das mit diesem komischen Gas hier, ne? Das ist nicht so, äh, perfekt für mich. Ich weiß gar nicht mehr, was diese komischen Krabben hier machen. Lala. So, da auch nochmal. Ach, scheiße. Ich sag ja, der meiste Schaden... Oh, je, 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 je. Kommt durch dieses, äh, Umlaufen. Dieses Umrennen. Mann. Ich geh ran da. Ach, Udo Garon, ey. Kommt verpiss dich. Jetzt blute ich auch noch. Das ist nicht gut. Verdammt. Ich muss hier dringend weg. Udo Garon nervt. Der nervt gerade extrem. Ach, jetzt ist er ready. Ich muss hier dringend weg. Ach, scheiße. Aber wir haben ihn gleich. Hoffe ich doch mal. Was macht er da? Ach, scheiße. Ich stand die ganze Zeit in der Säure drin. Ich stand die ganze Zeit in der Säure drin. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich stand die Zeit in der Säure drin. Sehr schön. Sehr schön. Ah, die beste gefällt mir auch. Lauf hinterher, hinterher. Schnell, schnell, schnell. Ja, Mann. Okay, danach wetzen und dann liegt das Ding. Guck, vielleicht hab ich ja Glück und... Ja, nee, doch nicht. Okay, das mach ich jetzt am besten. Sehr schön. Buff ist wie neu. Chaos. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Scheiße. Ich... Scheiße. Scheiße, ich bin einmal umgefallen. Scheiße. Einmal umgefallen. Nein, das darf nicht passieren. Nein. Aber Chaos, das hab ich irgendwie schon seit Tagen, dass... Keiner. Gar keiner mehr. Also fast keiner. Keiner. Okay, die... Mach mal ne Seifenblase hier irgendwo hin. Er muss eine Rage verlieren. Mann, goddammit. So, mal gucken. Vielleicht hab ich ja Glück und ich krieg nochmal... Ja, siehste? Sehr schön. Einmal Honig eingesackt und schon nochmal wieder, ähm... Das, was wir brauchen. Mega trinke. Guck mal, jetzt krieg ich meinen Mantel auch gleich wieder. Beides sogar. Vor allem ihn brauch ich. So. Jetzt haben wir... So. Jetzt krieg ich da den letzten Rest und alles ist gut. Are you ready? Du solltest nicht so weit zurückfallen. Ja. Der Nächster ist fertig. Damit bleibt nur noch der Providius. Willst du zurück? Zwecks Nickerchen und Häppchen? Wo? Ich bin jetzt. Käst du.